Hallo! Wie nah sind wir noch heute dieser Unterrichtsorganisation? Fordert uns die Möglichkeit der digitalen Welt nicht zu einem Umdenken von Unterricht auf? Muss deshalb Schule nicht neu überdacht werden? Und nähern wir uns nicht dadurch dem Alltag der Jugendlichen auch an? Wie aber könnte ein solches digitales Lernumfeld aussehen? Die Siebengebirgsschule stellt sich seit Längerem der digitalen Herausforderung und entwickelt für ihre Schülerinnen und Schüler ein eigenes digitales Beschulungssystem. Ziele dieses neuen Lernumfeldes sind die Förderung des eigenverantwortlichen Arbeitens, eine Teilentkopplung des Unterrichts von Lernräumen, Lernzeiten, Lerngruppen und auch den Lehrern. Nur so ermöglichen wir offene Settings wie zum Beispiel unser Lernzentrum oder auch die Gleitzeit. Die Lerngeschwindigkeit wird individuell durch die Schüler bestimmt und es führt zu einer Reduzierung der Brüchen in der Lernbiografie. Wie versuchen wir nun diese Ziele zu erreichen? Im Zentrum stehen unsere eigenen Lernplattformen. Hier finden die Schüler selbstproduzierte Erklärvideos, externe Lernvideos, selbstentwickelte digitale Tests und Klassenarbeiten, welche durch den Lehrer kontrolliert und administriert werden. Externe Lernplattformen und ausgewählte Apps bieten weitere kontrollierte Übungsmöglichkeiten. Auch hier ist eine digitale Rückkopplung bzw. Vernetzung mit dem Lehrer immer eine wichtige Grundvoraussetzung. Der kreative Umgang mit Lerninhalten wird durch unsere digitale Lernwerkstatt provoziert. Unser vielfältiges Angebot entwickelt sich von schülerproduzierten Lehrvideos und Quizzes über die Kodierung von kleinen Programmen bis über den Einsatz von digitalen Lösungen für Problemstellungen. Ein Beispiel hierfür ist unser professioneller eShop 7paper.de. Schauen Sie mal rein. Im nächsten Erklärvideo geht es ausführlich um das Angebot der eigenen Lernplattformen. Bis dann!